Der zweite Lauf, 300 Meter der Frauen, Alina Kuss, Anna-Sophie Bellerich und Tamara Seher. Anna-Sophie Bellerich, mit Riesenschritten läuft sie jetzt zu Tamara Seher auf, aber die Sindelfingerin hält dagegen, jetzt geht es auf die 100 Meter Zielgerade, Bellerich oder Seher, die Läuferin aus Rönau setzt sich durch, Anna-Sophie Bellerich gewinnt.